Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Commander Conquer der Tiberium Conflict Remastered Edition auf Seiten der GDI. Konsolenmission, liebe Leute, und ja, eine sehr interessante Mission. Wir waren beim letzten Mal hier, haben die letzte normale Konsolenmission, glaube ich, fertig gekriegt. Und wir sind jetzt hier in dieser Mod-Mission angekommen, wo wir Laser Orcas haben. Sehr interessant. Und ja, wir bauen uns gerade unser Mammutpanzer auf. Ihr seht, wir haben hier einen Arsch voll Geld. Und ich wollte beim letzten Mal hier einen Ionwerfer reinschmeißen und mit den Hubschraubern angreifen. Dann würde ich sagen, mache ich das doch einfach mal. So, zack, hier. So, dann. Bam. Ich höre ich das an. Bam. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Uh, okay. Die Laser Hubschrauber, ey, das ist so krass. So, liebe Leute, dann muss ich den einmal reparieren. Der hat viel abgekriegt. Ähm, okay. Was zur Hölle? Wie kosten die überhaupt? Kostet trotzdem 2200. Sind aber langsamer, glaube ich. Sind langsamer. So. Oh Gott, fliegt raus da. Oh mein Gott, der hat natürlich alles jetzt, äh, gesichert mit seinen scheiß Flaxen, ne? Ist klar. So. Der hat hier, seht ihr, ähm, diese, oh. Der hat hier diese Chemiekrieger da. Ja, äh, diese, äh, Bio-Waffeneinheiten, finde ich sehr interessant. Ähm, aber, ähm, aber der kann uns nix hier, der kann uns hier eigentlich nix, ähm, höchstens die Raketenmanneken, die nerven. Jawohl, Sir, rechte auf. Tatsächlich, ähm, ja gut, dann speichere ich das einfach nochmal. Und dann bräuchte ich eigentlich nochmal einen Ionenwerfer, um den hier in die Raketenmanneken reinzuschmeißen. Äh, ja. Ja, das sind Raketenwerfer, ne, ja, das sind Raketenwerfer, genau. Gut, Leute, ähm, dann gebe ich einfach mein Geld weiter für Mammuts aus, äh, kann ja nicht schaden. Und dann überrolle ich den gleich mit meinen, äh, Laserhubschraubern. Oh mein Gott, okay, dann schmeiße ich den aber hier rein gleich, den Ionenwerfer. Allerdings trinke ich erstmal einen Schluck, weil mein Mund ist ziemlich trocken. Also, bis gleich. Ah, wunderbares Kirschwasser, liebe Leute. Habe ich euch in der letzten Folge schon erzählt. Ich trinke dieses Kirschwasser von Sodastream. Ähm, obwohl ich keine Sodastream nutze. Ich nutze es einfach mit, äh, Leitungswasser. Ja. So, Leute. Haben wir tatsächlich jetzt hier unseren Ionenwerfer. Und dann macht jetzt bitte diese Flachs im Arsch, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. So, und weg, raus da, raus da, raus da. Okay. Sehr gut. Da hat er wieder tausende Männiken. Okay. Das Geile an den Dinger ist, äh, die brauchen anscheinend... Ah, fuck. Wow. Oh, der ist gesehen, ey. Oh mein Gott. Die wird hier sehr schnell zum, äh, nachladen. Das heißt, beziehungsweise, ja, der ist fast kaputt. Ähm. Was macht der da schon wieder? Was macht der da schon wieder, äh? So, Leute, ähm, die brauchen gar nicht aufzuladen, das ist so geil, Leute. Einfach geile Hubschrauber. So, dann würde ich sagen, nehme ich mir die jetzt wieder. Und, ähm, ja, mach ihm jetzt hier seine Verteidigungsanlagen platt. So. So, bam, bam. Das ist so geil, ey. So, bam, bam. Das macht's geil, ey. Das macht doch mal Spaß hier. So. Das macht doch mal Spaß. So. Habt ihr noch was? Ja, ein Schuss. Geile Hubschrauber, Leute. Ach, richtig geile Hubschrauber. So. Die sind schon wieder voll. Wie geil, Leute. Wie geil. So, dann macht ihr jetzt so bitte diese Flammenwerf oder im Arsch. Das steht nicht. Das steht nicht. Das steht nicht. Einfach weiter drauf, ihr. Haha. Oh mein Gott. Das sind geile Hubschrauber. Oh fuck. Oh. Okay. Reicht. Reicht. Da war da wieder ein Flagg steht. Der Sack. Oh man. Oh. Wir brauchen schon Silos. Oh mein Gott. Okay. Ja gut, aber ich meine so langsam, können wir aber auch dran denken, den mit dem Mammuts zu überholen. Eigentlich ja. Aber ich finde das geil, diese Idee mit den Laserhubschraubern. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Sehr interessant auf jeden Fall. Und ja. Wenn der jetzt nicht repariert ist und ich den Ionwerfer hier oben nochmal reingeschmissen habe. Und zwar genau jetzt. Zack. Oh verdammt, daneben. Aber gut Leute. Dann nehme ich mir die jetzt nochmal. Ich mache die Flagg da oben im Arsch. Was ist das da für einer? Doktor Möbius. So. Leute. Dann kann ich mich jetzt hier tatsächlich macht diesen Tarnpanzer da weg. Na gut, okay. Dann kann ich mich jetzt gleich tatsächlich fast ausschließlich mit den Hubschraubern hier bedienen. Ach du Scheiße. Ich halte diese Mammutpanzer an. Mal so nebenbei aufgebaut. Ach diese Mission. Das ist richtig cool. Muss ich sagen. Auch mal abwechslungsreich. Oh man. So. Die sind mal abwechslungsreich, diese Mission. So Leute. Ist doch auch mal cool. Mal was Einfaches zwischendurch. So. Dann nehme ich ihn an Schritt für Schritt auseinander. Weiter geht's. So. Das ist doch mal geil, Leute. Das macht doch mal Spaß. So. Mach den Gummikonzer im Arsch. Das macht doch mal Spaß. So. So. Bamm. 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 Das macht doch mal Spaß. Schau euch an, wie schnell die voll sind. Oh, wie geil. Wie Hammer. So. So. Yo, Leute. Dann mach ich mal weiter. Wir waren tatsächlich schon Silos. So. Jetzt mach diesen Scheiß dein Arsch. So. Bamm. Bamm. Ist das geil. Diese Laserhubschrauber, ey. Hammer. Das ist so Hammer. So. Bamm. 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 Ist das so langsam Point and Click Adventure, wa? So sieht das aus. So. Mach die Energie platt noch. Und Bamm. Ah, schade. Ja gut. Meine Mammuts, die brauche ich dann eigentlich gar nicht mehr in dem Fall, ne? Die brauche ich nicht mehr. Gut. Da kann ich jeweils schon den Rest geben, oder? Warte mal, ich spreche das lieber nochmal. Mach mal den Möbius da kaputt. So. So. Bamm. Und Bamm. Weitermachen. Millionenwerfer habe ich jetzt auch nochmal. Sehr gut. Zack. Och, das macht Spaß, Leute. Ich kann es euch gar nicht sagen. Was ist das da für einer, feindlicher Soldat? Mach den mal zuerst platt. So. Bamm. Was, eine geile Vision. Habe ich so auch noch nicht erlebt. So. Ich habe keine Lust jetzt mit dem Mammut-Zielen zu fahren. So. Hallo. Bleibt ihr mal hier? So. Bamm. Habe ich so. So, weiter drauf. So. Alle nacheinander weg. Brutzeln hier. Oh Mann. So, dann zack. Stehen jetzt noch diese vier Einheiten da oben. Läuft das an. Hohohohohoho. Ist das krass. Okay. Aber das war's schon. Mit der Mission. Sehr interessant. Hätte ich nicht erwartet, dass die so einfach wird. Nach dem, was sie mir erzählt hat, werden die Konsolen-Mission schwerer. Ähm, keine Ahnung. In Ordnung. In Ordnung. Einsetzt. Das war's. Oh mein Gott. Das war's. Eine 20-Minuten-Mission. Krass. Zock. 139. Jawohl, Leute. Okay. Dann haben wir diese interessante Mission auch hinter uns. Hahahaha. Und, ähm. Ja, was ist jetzt? Warum letzten Du-Spiel? Oh, Katzin. Zum wievielten Mal. Hahahaha. Hahahaha. Ähm. Was? Geht die Mission weiter? Verstärkungen sind eingetroffen. Hä? Wartet mal. Da muss ich jetzt gerade mal gucken. Special Ops 01. Ne, die habe ich ja. Die habe ich ja schon. Die ist einfach weitergegangen. Gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, machen wir schon die vorletzte Konsolen-Mission hier. Mit den GDI. Dann haben wir echt Ausnahmezustand komplett durch. Konsolen-Missionen fast komplett. Durch. Schalten Sie mit dem Kommando die Flachstellung aus, die den Abwurfpunkt umgeben. Sobald die Flachstellungen weg sind, erhalten Sie Zugriff auf einen Luftschlag. Sobald Sie den Obelisken zerstört haben, schicken wir Ihnen ein MBF, um Ihnen bei der Suche und Zerstörung der Biochemieanlage zu helfen. Okay, wieder ganz typisch. Also am Anfang Kommando und danke, wir uns eine Basis bauen. Eine Katze ziehen. Okay. Ach, das ist Einsatzbesprechung, oder? Das ist Einsatzbesprechung, ja. Okay. Gut. Danke. Danke. Okay, der steht da auch über Lisk, also. Alter! Alter! Oh mein Gott, da habe ich einmal nicht aufgepasst. Einmal nicht aufgepasst. Oh, schaut man da. Das sieht interessant aus. Das sieht aus wie ein kaputter Orca, oder so. Na, irgendwie so, kann man das gar nicht erkennen. Das sieht interessant aus. Okay, der hier ist jetzt fast im Arsch. Okay. Ah, ich wusste es. Scheiß. Okay. Gut. Ich wusste, dass da irgendwo noch ein Flammenwerfer dann aus der Ecke gekrochen kommt, ey. Na gut. Okay. Dann schaffen wir diese Mission vielleicht sogar noch in dieser Folge hier. Wartet mal. Jetzt aber vorsichtig hier. Bam. Genau. Dann kommen wir hier. Ach, so, wieso kommt da jetzt ein Manneken raus, ne? So, dann. Den direkt weg. Den da auch. Und den da vor allem. So. Leute. What the hell? So, okay. Gut. Das ist ja ziemlich einfach. Einheit verloren. Wö? Wie, Einheit verloren. Okay, da kriege ich hier auf jeden Fall einen Bauhof. Ist schon mal gut. Hier unten ist die Kohle. Auch gut. Kleine Karte, muss ich sagen. Na gut. Ja, dann baue halt Kraftwerke. Und dann baue ich mir nämlich eine Mannekenfabrik. Genau. Und hole mir da diese beiden Großkraftwerke. Rute. Rute. Oh, okay. Okay, Manneken. Zwei Invasoren. Und eine Raffinabrik. Ach, das macht Spaß, Leute. Conne Kocka macht richtig schön viel Spaß. So, was haben wir jetzt hier oben? Da haben wir auch noch Flux. Na gut, Leute. So endlos viel Kohle ist hier auch nicht. So, dann können wir das hier verticken. So, okay, Leute. Dann geht es mal weiter. Und ja, dann freue ich mich, dass du mal wieder hier eingeschaltet hast. Bei Kumanda Kocka Remaster. Wie war jetzt hier hoffentlich die nächste Konsolenmission tatsächlich? Was machst du da? Tatsächlich fertig kriegen. Fahr doch da rein. Wie blöd muss man sein? Genau, Abwärtskumpel. So, Leute. Wenn ich dann den nächsten Luftangriff gleich habe, werde ich den hier reinschmeißen auf diesen Obelisken. Genau, so. Das ist nämlich dann Speicherrichtetra. Mission 6, Konsole. Genau. Also, wie gesagt, irgendwie habe ich so das Gefühl. Ich weiß, ich kann mich auch täuschen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die GDI-Missionen auf der Konsole tatsächlich einfacher sind. Ich weiß nicht, warum ich das so ein Gefühl habe, aber es ist halt einfach so ein Gefühl. Kommt der durch? Kommen die durch? Tatsächlich, da ist aber noch einer. Okay. Da ist aber noch einer. Also, aufpassen. Zack. Sehr schön. Oh, wir haben einen Ionenwerfer, alles klar. Ui. Da oben hat er noch mehr rumstehen. Sehr interessant eigentlich. So, Mäniken läuft mal da rein. Was machst du denn da schon wieder? Aha. Ein Flammenwerfer. Ja, egal. Komm, den kriegst du platt. So, sehr gut. Sammler. War doch da rein, Mann. Was hat denn der alles da drinnen stehen? Hat er da irgendwelche Obelisten drin? Wenn ja, dann lasse ich das mit dem Platt machen. Flammenwerfer auf jeden Fall. Okay, dann mach mal hier. Oh Gott. Okay. Nein, das war keine gute Idee. Scheiße, Leute. Das war keine gute Idee. Okay. Fahr doch da rein, Mensch. Gut, dann baue ich mir zwei Türme auf hier. Alter Schwede. Okay. Liebe Leute. So, dann. Mach ich jetzt die Türmchen hier platt. So. Ach, Mann. Ja, der Kommando ist weg. Toll. Na, super. Der Kommando ist weg. Jawohl. Da muss ich jetzt tatsächlich jetzt mit Panzern arbeiten. Äh, super. Dann schaffe ich es nicht in dieser Folge. Tut mir leid. Wird dann... Ja, danke. Penner, ey. Na gut, egal. Ähm, was hat er hier? Flax. Das heißt, ich brauche eigentlich... Ich kann keine Mammuts bauen. Was zur Hölle? So. Mach den Luftangriff einfach hier reinkommt. Oh, da hat er noch mehr da oben. Oh, ja. Oh, ja, Leute. Bam. So. Boah, der hat... Alter. Der hat alles voll... Alles voll gekleistert hier. Oh, mein Gott. Ähm, okay. Dann heißt das für mich... Werkstatt. Dann heißt das für mich einfach Mammuts bauen. Jetzt gleich. Oh. Oh, 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 okay. Ja, komm, den kriegst du aber hin. Mach mal die alte Grafik. Die alte Spielgrafik war tatsächlich so, Leute. Die war tatsächlich so. Das war ja interessant damals, ey. So, dann aber jetzt mal hier, Werkstatt. Kriege ich jetzt die Mammuts oder was? Mammuts. Sehr geil. Okay, gut. Alles klar. Dann mache ich die gleich weg. Da ist halt einiges an Flachs hier rumstehen, ne? So, aber das wird passen. Äh, dann habe ich jetzt mir hier die Mammutsaufbau. So, was machst du da? Fahr doch da rein. Verpackt ohne Ende, ey. Aber egal, Hauptsache die Kohle fließt, Leute. Der Gegner hat hier alles voll gekleistert, ne? Wenn man sich das mal hier anguckt. Ja, da hätte ich schon einiges rumstehen. Aber ich habe hier einen Turm stehen. Ha, keine Chance der Gegner. So, Ionenwerfer, sehr schön. Mit dem kann ich dann das Türmchen hier wegmachen. Genau. Und, ähm, ja, da kann ich jetzt gleich eigentlich mit den Mammuts schon hier diese Basis platt machen. Ich habe eine Idee, Leute. Ich weiß gleich einen Luftangriff hier oben drauf. Damit der Penner da nichts mehr baut. Und, äh, oder auf seinen Bauhof. Auf seinen Bauhof. Auf seinen Bauhof, warte. Ja, Speicherrad, komm. Auf seinen Bauhof. Zack. Ja. Ah, schade, Leute. Schade, schade. Okay. Ähm. Ja, aber die Mammut-Panzer-Produktion, die läuft, die läuft. So. Wunderbar, sage ich dazu. Und ja, die Leute nach wie vor an diesem Sonntagabend. Und, Sammler, jetzt fahr doch mal da rein. Jawohl. Du gehst mir auf die Nerven mit deiner Arbeitsverweigerung. So, dann zack. Genau. Und, ähm, ja, dann nehme ich mir gleich die Mammut-Panzer noch. Mach jetzt noch diese Basis gleich platt. Und danach werde ich dann tatsächlich, fährst du mal da rein. Danach werde ich mir einen Wüstenjäger bauen. Ja, jetzt kommt er wieder angekackt. Aber, keine Chance. Der kommt noch nicht mal zum Schießen. So. Nimm du dir lieber hier unten die Kohle. Und du gehst hier rein. Du gehst hier rein. Dann fährst du in die andere Bahn. Fährst du in die andere Raffinerie. Ja, komm, ey. Ihr macht, was ihr wollt, ne, Sammler? Ihr macht, was ihr wollt. So. Gut, ein Silo reicht erst mal. Ähm, ich würde sagen, ich nehme mir jetzt noch die Mammuts. Und überroll die Basis. Und, ähm, ja, danach dann, äh, ist die Folge auch schon wieder vorbei, ey. Das geht wieder so rasend schnell hier. Jawohl. Jawohl. Verstetig. Rech auf. Einfach weiterfahren. Der Turm, der macht das schon. Genau. Du sollst hier rein. Hahaha. Die Sammler, ey. Ohne Scheiß. Rech auf. Echt, ich wäre feierlich. Jawohl. Jawohl. Verstetig. Jawohl. Ja, und bam. Rech auf. Einfach drüberfahren. So. Und bam, hier. Weg damit. Luftangriff haben wir. Sehr schön. Gleich auch einen Ionenwerfer. Das heißt, ich werde... Oh, Motorräder. Das Motorräder. Okay. Aber die kriegen wir hin. So, sehr gut. Weitere Motorräder. Er hat keine Chance gegen sechs Mammuts. So. Oh, jetzt kommt er angeschissen. Jetzt kommt er angeschissen. Oh, 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 Mammuts. Okay. Jetzt kommt er hier angeschissen. Okay. Bam. So. Dann mache ich jetzt noch seinen Bau hier platt. So. Und so. Und bam. Hahaha. Geil. Okay. Leute. So. Dann. Nix da, Kollege. Nix da. So. Jetzt kommt er mit allem, was er hat wohl. Okay. Interessant. Das soll er versuchen. Kommt. Dann hier. Truff da. Los. Sehr schön, liebe Leute. Na, haben wir die Basis tatsächlich noch in dieser Folge. Und ähm. Ja. Ich würde so gerne weiterspielen. Echt. Aber. Ähm. Was soll ich sagen. Die Folge ist wieder voll. Das kann ja wohl nicht wahr sein, eh. Ja gut. Liebe Leute. Dann ist das halt so. Ähm. Was macht der da? Was machst du da, Sommler? Und wo fährst du schon wieder her? Was machst du da schon wieder, du blöder Mammut? Nicht dumm, nicht blöd sein, ja. Gut. Ich habe ihn so einen Bauch weggeknallt. Schon mal gut. Und ja. Wobei, so viel ist das gar nicht mehr, ne. Ja, aber ist okay. Ist in Ordnung, Leute. Ähm. Ja. Gut, Leute. Ich muss leider die Folge schluss. Ich muss leider die Folge beenden. Ist voll. Aber ja, liebe Leute, das war doch schon mal ein guter Anfang an die sechste Konsolenmission. Und da würde ich mal sagen, wie bedeutet, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Ähm. Und dass die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Ich ziehe es gerne weiter. Und wie wir jetzt hier alles platt machen, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.